Willkommen zurück zu Child of Light. Wir sind hier in diesem Unterwassertempel und schauen uns jetzt mal hier um. Schön wie das hier ist, voll mysteriös irgendwie. Ist hier irgendwas? Ne. Ah, hier ist aber noch was. Aha. Was hat sich jetzt hier geöffnet? Smaragd. Was hat sich denn jetzt hier geöffnet? Ach, da oben, die Klappe. Ah. Oh, wo sind wir denn jetzt hier? Da ist noch eine Truhe. Ungeschiffener Rubin, ganze dreimal. Und Feen, Nektar. Kommen wir wieder raus? Kommen wir jetzt hier wieder raus? Wahrscheinlich schon, aber wie? Ach, mit ihm hier wieder, ne? Ah, okay. Ist klar. Zum Dorf der Pisciana wieder zurück. Komme ich da jetzt aber ran? Hier? Ne, auch nicht. Vielleicht von unten irgendwann. Da oben ist noch was Feines zum Einsammeln. Sternenstaub. Und ein Gegner. Hinunter zum Palast der Sonne. Das klingt ja auch toll. Oh, wir müssen aber aufpassen auf das Eis. Ist das ein Schrein oder dergleichen? Tja, immer diese Zeichen hier, ne? Ich weiß nicht, was man da machen kann. Ach so, ja. Und wir haben ja jetzt eine neue bei uns im Team. Äh. Genny hieß sie, glaube ich. Und die können wir jetzt erstmal aufwerten, ne? Hemmschuh. Greift eine anvisierte dunkle Kreatur und dann reduziert ihr Tempo. Das ist natürlich auch super. So, dann gehen wir hier nochmal einen Schritt weiter. Und hier? Schlachtruf. Das Tempo erhöht sie um 30%. Also sie kann ordentlich Tempo machen, die gute. Paralyse. Hindert eine anvisierte dunkle Kreatur 6 Sekunden lang an jeglicher Handlung. Auch gut. Kritischer Treffer. Und verteidigen kann sie auch. Und Springensfeld. Ein anvisierter Verbündeter. Wir gehen vier Runden lang bei 30% auf der Zeitleiste. Und nochmal Magieaufwertung. Okay, das ist ja super, dass die das kann. Und Okuli haben wir jetzt auch wieder. Ordentlich. So. Noch irgendwo drei Stück. Guck mal, hier haben wir vier. Haben wir davon auch gleich wieder zwei. Ja, okay. Ähm. Davon zwei. Und davon ein. Macht das was? Nö. Das macht nichts. Na gut. Waren Versuch wert. Ich weiß immer nicht, was wir mit diesen Zeichen machen können. Ich frage mich, ob wir da immer was tun können. Vielleicht dient er jetzt einer Art Zeichen. Ja, ja. Schon klar. So, den machen wir mal fertig hier. Ja. Das wird klasse. Das wird klasse. Das ist gut. Verwundbar durch Blitz. Aber Oengu ist es ausgewichen. Sehr schön. Oh, das war auch super. Mit Gegenattacke. Und weg ist er. Mit Lichtattacke. Verwundbar durch Licht. Na, das wird nicht viel helfen. Er ist dran. Da kann ich nichts machen. Schnitter. Schnitter. So, ich wechsle den mal. Den guten. Oh, nicht fliehen. Zu unserer neuen Genn. Genn. Sehr schön. Na, wie fein. Jetzt sagt sie bestimmt was. Darf ich spielen mit deinem glimmenden Ball? Hey. Einmal gegen die Wand mit lautem Knall? Du hast sie wohl nicht mehr all. Die Genn ist ja schon eine Freche. Aber irgendwie mag ich sie dafür auch. Okay. Ah, hier ist noch was. So, wieder nach oben. Ungeschliffene Amethyst. Nun, geh mal nach oben. Oh, wir schaffen das von hier nicht. Das ist doof. Wen haben wir denn hier? Elementar. Ignikulus, hilf mir. Du kennst meinen Namen? Ich kenne dich nicht. Du und ich, wir beide sind Elementare. Aus der himmlischen Ebene entspringt unser Licht. Ach, an eine Ebene erinnere ich mich nicht. Du bist noch jung, gerade erst geborgen. Helle Lichter wie du vergessen schnell. Oh, nun zurück zum ewig währenden Morgen. Er ist großartig und noch heller als hell. Lichter tanzen dort wahnsinnig schnell. Und noch mehr Glühwürmer leben dort? Tausend Brüder und Schwestern bevölkern diesen Ort. Ich vermisse ihn sehr. Ein peskianischer Zauberer rief mich her. Doch hat ein Unheil ihn fortgetragen. Der König in der Nacht konnte ich entrinnen. Bin jedoch zu schwach, den Sprung heimzuwagen. Ignikulus, ich brauche deine Hilfe. Kannst du mich hören? Wir müssen unsere Kraft bündeln, mehr Elementare beschwören. Oh, Energie bündeln, das klingt interessant. Oh, kommen jetzt ganz viele Ignikulusse? Sie haben sich erhoben. Wo? Meine Glieder sind müde und schwer. Sie hören mich nicht, die Elementare sind verstreut. Eure Führung bedürfen sie sehr. Verlorende Lichter, holt sie alle her. Ich spüre je zwei in der Ebene im Wald auf dem Meer. Funken wie du umschwirren Schreine. Ihre Kraft befreit mich aus dieser Welt hier. Was meinst du, Aurora? Helfen wir? Wir bringen sie zurück, das schwöre ich dir. Yeah, die verlorenen Lichter. Na klar, helfen wir dem. Na klar. Ich werde schwach, so helft mir doch. Ach, je. Wir finden die anderen Glühwürmer sicher noch. Da ist zum Beispiel einer. Grüß dich. Heda, ich suche einen alten Elementar, rief mich her. Los, flieg zur Küste von Simbelmeer. Ich eile jetzt zum Elementar, bis nachher. Oh, wie süß. Noch fünf, nicht weniger, nicht mehr. Also hier sind ja auch noch mehr. Oh. Also da kann ich nicht lang. Äh. Schnell weg. Was auch immer schnell bedeutet in diesem Spiel hier gerade. Wie komme ich denn jetzt hier mal... Ah, okay. Irgendwo muss ja noch einer hier stecken. Weil hier sollten ja auch zwei sein. Vielleicht ist der ja da oben. Oh, das Wasser. Ist der hier? Man muss ja mal geguckt haben, ob der hier ist, ne? So, sonst komme ich hier nicht mehr wieder raus. So, runterfliegen. Och komm, nun mach mal ein bisschen schneller hier, Aurora. Ich weiß nur nicht, wie ich hier runterkomme. Glaub, ging es dann nicht rechts irgendwo runter? Kann ich jetzt nicht schnell hier runter? Ja. Ich muss mich nur beeilen. Verstehe. So. Da können wir auch irgendwie lang. Da will ich aber noch nicht lang. Erstmal will ich gucken, was hier noch so ist. Schadenselixier und... Mach mal hinne. Geschliffener Turmalin. Oh, irgendjemand war hier. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ach, die Genn. Das ist schon cool mit der. Dass die eine Harfe spielt. Hemmschuh. Schön zurücksetzen immer. Aber er darf zuerst. Das kann sie noch... ...ein bisschen schneller machen hier. Das ist Aurora ein bisschen schneller. So. Paralyse klingt doch auch interessant. Gelähmt. Gelähmt. Sehr schön. Das kann sie gleich noch mal machen. Das kann sie gleich noch mal machen. Aber wir brauchen mal jemanden stärkeren. Ich nehme mal Rubella. Rubella hat schon lange nicht mehr gekämpft. Feuer resistent. Dann brauchen wir jemand anderen. Und wir brauchen einen Trank für MP. Können wir den da mal nehmen? Nehmen wir mal den neuen Guss, weil der hat Blitzschaden. Könnte klappen. Ja, verwundbar durch Blitzschaden ist doch gut. Ja, verwundbar durch Blitzschaden ist doch gut. So, jetzt ist der Jüngers noch mal schneller. Und macht als nächstes einen schönen Blitzschlag. So, erstmal durfte er hier wasserresistent. Ach, deswegen. Weil das ein Wasservieh ist, mag es kein Blitz. Alles klar. Kann man sicher merken. Dann hole ich mal Finn. Und der macht jetzt mal einen schönen Blitzschlag. Alles klar, ausgelöscht. Na, wie fein. Ungeschliffene Zitrine. Gen, wo hast du die Magie nur so schnell erlernt? Im Buch der Piskianischen Zauber lese ich gern. Ungeschliffene Zitrine. Was haben wir hier noch? Oh. Jetzt hat sich erstmal wehgetan. So. Erstmal nach oben. Okay, geht nicht. So, wir können weiter. Ah, hier ist noch was. Hier können wir runter. Schnell, schnell. Antidot. Was haben wir hier noch? Oh. Viel Sturm. Unaufhaltsamkeits-Elexie. Wo kommen wir denn jetzt hin? Dieser Kristall ist blank. Kein Zeichen. Nichts. Man sieht es sicher nur im Schein des Lichts. Uns greift irgendein Fisch an. Das sollten wir hinkriegen. Schallgeschwindigkeit. Den werden wir mal erstmal ausschalten. Oh, wir wurden beide zurückgesetzt. Das ist blöd. sehr schön. Sehr schön. Er hat schon mal Kraft gesammelt. Komm schon. Und nochmal Blitzschlag. Tödliche Schuppen. Mist, der wurde unterbrochen. War fast klar. Naja, noch haben wir ja den Finn. Dann patscht er eben so drauf. Oh. Ah. Oh. Oh. Ah. Oh. 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 Ist er weg? Weg. Sehr schön. Och, der ist auch recht anfällig auf Blitz. Wusste ich gar nicht. Sich mal eben wieder geheilt. So, jetzt machen wir mal Aurora. Wieso sind denn jetzt beide wieder da? Das ist ja blöd. Ja, dann machen wir auf jeden Fall den erstmal weg. Okay, den müssen wir wegmachen hier. Sonst belebt er die ja immer wieder. Das geht ja nicht. Na, super. Ausgelöscht. So, also nochmal das Vieh. Leicht nervig. So, dann eben nochmal... Ne, den können wir eigentlich lassen. Den können wir eigentlich lassen. Holen wir nochmal den Finn. Ignikolus ist wieder müde. Och, er ist weg. Sehr schön. Juhu! Ja, prima. Kleene, wie alt bist du denn? Ich bin fast zehn. Ach, grad war ich noch der Jüngste. Nu is it gehen. Hahaha. What a hit. laşißier. Was nicht wahr ist. Ja, guck laser. Ich bin fast. Ich bin fast. Ich bin fast. Ich bin fast. Vielen Dank.